Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin auch bis nach hinten verständlich, trotz schwacher Stimme. Ich darf neben mir begrüßen den Newton-Spital, Jahrgang 2005. Mein Name ist, wie der Herr Schmiedinger gesagt hat, Thomas Prozonig. Wir durften dieses Semester zusammenarbeiten und spielen Ihnen nun das Ergebnis vor, das Stück Kaleidoskop für Klavier und Schlagzeug. Ich habe mein Stück so genannt, weil ich viele Ideen in einem Stück genutzt habe. Und ich habe Schlagzeug und Klavier zusammen komponiert, weil ich mit beiden Instrumenten umgehen kann. Schlagzeug und Klavier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018